Wann besteht bei erhöhten Cholesterinwerten Handlungsbedarf und was kann und sollte unternommen werden? Diese Fragen stellen sich in der Hausarztpraxis fast täglich. Fakt ist, bei einem Großteil der kardiovaskulären Erkrankungen spielen Dyslipidemien, also Fettstoffwechselstörungen, eine Rolle. Sie sind nämlich der wichtigste identifizierte Risikofaktor für die Entstehung einer Atherosklerose. Vor allem erhöhte Cholesterin- und Triglyceridwerte wirken sich negativ auf die Gesundheit aus. Wir wollen uns in vier Auditorfolgen einmal genauer ansehen, woher das Cholesterin im Körper kommt, wie eine Atherosklerose entsteht und wie man Dyslipidemien anhand von Laborparametern erkennt und behandelt. In dieser Folge beginnen wir mit einem Überblick über die Aufnahme von Nahrungsfetten und sehen uns dann den Aufbau und die physiologische Funktion der Blutfette an. Zu den Lipiden im Körper gehören chemisch gesehen ganz unterschiedliche Moleküle, wie freie Fettsäuren, Triglyceride und Cholesterin. Sie alle haben eine Gemeinsamkeit, sie sind hydrophob, also nicht wasserlöslich. Das liegt daran, dass der Großteil ihres Molekülgerüsts unpolar ist. Wasser hingegen ist polar, weshalb sich die Moleküle abstoßen. Deswegen ist der Transport von Lipiden im wässrigen Milieu des Körpers ein komplexer Vorgang. Freie Fettsäuren sind im Blut hauptsächlich an Albumin gebunden, das den größten Anteil der Plasmaproteine ausmacht. Alle anderen Lipide werden in Form von sogenannten Lipoproteinen transportiert. Das sind Transportkomplexe, die unter anderem aus Apolipoproteinen bestehen. Weil beide Begriffe ziemlich ähnlich klingen, musst du hier ein bisschen aufpassen. Apolipoproteine sind tatsächlich Proteine. Lipoproteine ist der Überbegriff für diese Art von Transportpartikeln, die aus Lipiden und Proteinen bestehen. Bevor wir uns den Aufbau solcher Lipoproteine näher ansehen, lass uns noch einmal generell betrachten, wie sich Lipide in Wasser verhalten. Aufgrund der Abstoßung zwischen den polaren Wassermolekülen und den unpolaren Molekülbestandteilen der Lipide werden die Kontaktflächen zwischen Lipid und Wasser so klein wie möglich gehalten. Also formen die Lipide kugelige Gebilde, die sogenannten Myzellen. Lipide sind meistens nicht komplett hydrophob, sondern haben einen kleinen polaren Anteil, wie die Kopfgruppe von Phospholipiden. Deshalb ordnen sich die Lipide so an, dass die polaren Kopfgruppen die Hülle und die apolaren Kohlenwasserstoffschwänze den Kern der Myzellen bilden. Genau das passiert auch mit den hydrophoben Nahrungsbestandteilen. Schauen wir uns also die Aufnahme der Nahrungsfette an. Die Fettsäureester aus der Nahrung werden schon im Magen und Duodenum von Lipasen und Esterasen enzymatisch gespalten. Dieser Vorgang wird als Lipolyse bezeichnet. Anschließend bilden die Lipide zusammen mit den Gallensäuren und den fettlöslichen Vitaminen gemischte Myzellen. Die Myzellen wandern zur Membran der Epithelzellen des Dünndarms, den Enterozyten, wo sie wieder zerfallen. Die Epithelzellmembran besteht zum großen Teil auch aus Lipiden, weshalb die meisten Nahrungsfette einfach passiv durch sie hindurch diffundieren können. Zusätzlich gibt es einige Carrier für freie Fettsäuren oder Cholesterin. Der NPC1L1-Transporter zum Beispiel transportiert Cholesterin und andere Sterine aus dem Darmlumen in die Enterozyten. Diesem Transporter begegnen wir im Zusammenhang mit den Lipidsenkern in Folge 4 noch einmal. Im Zytosol der Enterozyten erfolgt eine Lipidresynthese, bei der wieder Triglyceride und Cholesterin-Ester gebildet werden. Sie lagern sich dann mit Phospholipiden und Apolipoproteinen zu Aggregaten zusammen. Dabei richten die Phospholipide, Cholesterine und Apolipoproteine ihre polaren Molekülbestandteile nach außen und bilden eine Hülle um die vollständig unpolaren Lipide im Kern. Diese neu gebildeten Transportkomplexe werden Chylomikronen genannt und gehören zu den Lipoproteinen. Die Apolipoproteine machen etwa 1% der Chylomikronenbestandteile aus. Als Teil solcher Transportkomplexe erfüllen Apolipoproteine mehrere wichtige Aufgaben. Vor allem stabilisieren sie die Lipoproteine durch ihre amphiphilen Eigenschaften, also durch ihre hydrophilen und lipophilen Anteile. Außerdem aktivieren sie verschiedene Enzyme, die für die Modifikation der Lipoproteine zuständig sind, und sie dienen als Liganten für die Bindung an Lipoproteinrezeptoren. Das ist besonders wichtig, weil das Vorkommen bestimmter Apolipoproteine in einem Transportkomplex darüber entscheidet, von welchem Gewebe er aufgenommen wird. Allerdings solltest du dir merken, dass die Lipoproteine in der Blutbahn ihre Apolipoproteine untereinander austauschen können. Das hat wichtige Auswirkungen, wie wir gleich noch sehen werden. Über Exozytose verlassen die Chylomikronen nun die Enterozyten, um zunächst in die Lymphe und dann über den Duktus thoracicus in den Blutkreislauf zu gelangen. Im Blut beginnt ihr Abbau. Zu Beginn enthalten die Chylomikronen die Apolipoproteine A, B48, C und E. Die Namen der Apolipoproteine sehen übrigens zwar sehr systematisch aus, sie sind aber rein historisch begründet und geben leider keine eindeutige Auskunft über Vorkommen, Struktur oder Funktion. Solange die Lipoproteine im Blut zirkulieren, geben sie nach und nach Lipide an die Gewebe des Körpers ab und tauschen Apolipoproteine untereinander aus. Die Zusammensetzung der Lipoproteine verändert sich daher ständig. Man unterscheidet und beschreibt sie deswegen mit Hilfe einer wichtigen physikalischen Eigenschaft, ihrer Dichte. Die Dichte der Lipoproteine, also ihr Gewicht pro Volumen, hängt vor allem von der Menge der enthaltenen Proteine ab. Je mehr Apolipoprotein im Partikel enthalten ist, desto höher die Dichte. Neben den Chylomikronen, die von allen Partikeln den geringsten Proteinanteil und damit die niedrigste Dichte haben, gibt es Very Low Density Lipoproteins mit sehr geringer, die Intermediate Density Lipoproteins mit intermediärer, die Low Density Lipoproteins mit geringer und die High Density Lipoproteins mit hoher Dichte. Die HDL und auch der größte Teil der VLDL-Partikel werden in der Leber gebildet und ins Blut abgegeben. IDL- und LDL-Partikel entstehen dort beim Abbau von VLDL. Zurück zum Abbau der Chylomikronen. Er beginnt damit, dass die Chylomikronen die Apolipoproteine ApoE und ApoC2 von HDL-Partikeln aufnehmen. ApoC2 aktiviert die Lipoprotein-Lipase, kurz LPL. Das ist ein Enzym, das aus Triglycerin durch Hydrolyse freie Fettsäuren abspaltet. Die freien Fettsäuren dienen dann den verschiedenen Geweben zur Versorgung oder werden an Albumin gebunden weitertransportiert. Die Lipoprotein-Lipase sitzt vor allem auf dem Gefäßendothel von Herz- oder Skelettmuskeln und dem Fettgewebe. Sie baut also bei den Chylomikronen fast alle Triglyceride zu freien Fettsäuren ab. Die zurückbleibenden Partikel sind sehr reich an Cholesterin. Sie übertragen nun das Apolipoprotein ApoA auf HDL und es entsteht ein Überbleibsel, das sogenannte Chylomikronen-Remnant. Dieses wird, ApoE-vermittelt, wieder von der Leber aufgenommen und abgebaut. Wir stellen die Chylomikronen-Remnants hier als Bruchstücke dar, um auf ihre Beziehung zu den Chylomikronen hinzuweisen. Tatsächlich sind sie ebenso wie die Chylomikronen sphärische Partikel mit hydrophoben Kern und hydrophiler Hülle. Die bereits erwähnten HDL-Partikel stammen aus der Leber. Sie sind die kleinsten und proteinreichsten Lipoproteine im Körper. Fast die Hälfte ihrer Masse besteht aus Apolipoproteinen. Sie geben einen Teil ihrer ApoE- und ApoC2-Proteine an andere Lipoproteine ab. Die verbleibenden ApoC2-Proteine aktivieren auch bei den HDL das Enzym Lipoprotein-Lipase, das die Spaltung von Triglycerin und die Abgabe von freien Fettsäuren bewirkt, genau wie bei den Chylomikronen. Daneben wird noch ein weiteres Enzym aktiviert, die Lecithin-Cholesterin-Acyltransferase, kurz ELCAT. Dieses Enzym wandelt Cholesterin-Moleküle auf der Oberfläche des Lipoproteins zu Cholesterin-Estern um. Die gänzlich unpolaren und hydrophoben Cholesterin-Ester wandern in den Kern des Lipoproteins. Dadurch sinkt in der Hülle die Cholesterin-Konzentration und der HDL-Partikel ist in der Lage, Cholesterin aus der Umgebung aufzunehmen, etwa aus Cholesterin-Ablagerungen in den Gefäßen. Dieses Cholesterin wird dann mit den HDL-Partikeln zur Leber transportiert und dort beispielsweise zur Bildung von Gallensäuren genutzt. Cholesterin kann im Körper nicht gespalten oder abgebaut, sondern nur über die Gallensäuren ausgeschieden werden. HDL verringert also durch die Cholesterin-Aufnahme und den Transport zur Leber das Risiko, eine Atherosklerose zu entwickeln, und hat somit eine wichtige protektive Wirkung. Nun zu den VLDL-Partikeln. Sie werden wie die HDL-Partikeln in der Leber produziert. Ihre Aufgabe ist es, die von der Leber gebildeten Triglyceride und Cholesterin über die Blutbahn zu den verschiedenen Geweben zu transportieren. Sie besitzen die Apolipoproteine ApoE und ApoB100. Auch VLDL-Partikel übernehmen im Blut ApoE und ApoC2 von HDL-Partikeln. Die Enzyme Lipoprotein-Lipase und L-Cat werden aktiviert. Es entstehen die intermediärdichten IDL-Partikel, allerdings nur vorübergehend und in geringer Konzentration. Durch die weiter fortschreitende Aktivität der beiden Enzyme sowie die Abgabe von ApoE und ApoC2 an HDL wandeln sich die IDL-Partikel schließlich zu LDL um. Das ApoB100 bleibt bei der Umwandlung von VLDL über IDL zu LDL vollständig erhalten. LDL-Partikel werden vor allem ApoB-vermittelt wieder in die Leber aufgenommen. Die LDL-Partikel bestehen fast zur Hälfte aus Cholesterin und haben damit den höchsten Cholesteringehalt von allen Lipoproteinen. Dieses vor allem aus der Leber stammende Cholesterin wird physiologisch zum Beispiel als Membranbestandteil oder bei der Hormonsynthese benötigt. Es gelangt hierfür über die Lipoproteine zu den Zellen. Ein dauerhafter Cholesterinüberschuss begünstigt jedoch die Entwicklung einer Atherosklerose. Vor diesem Hintergrund wird das LDL mit seinem hohen Cholesteringehalt auch als schlechtes Cholesterin bezeichnet. Ein weiterer Risikofaktor sind die Lipoproteine klein a, kurz LP klein a, die durch ihre Dichte auch den LDL zuzuordnen sind, aber das Apolipoprotein klein a enthalten. Der LP klein a-Spiegel ist vorrangig genetisch bedingt und kann somit familiär zu einem hohen Atherosklerose-Risiko führen. Das HDL aber, das ja zur Auflösung von Ablagerungen in den Gefäßen beiträgt, wird als gutes Cholesterin bezeichnet. Dazu mehr in den weiteren Folgen des Kurses. An dieser Stelle möchten wir erst einmal abschließen mit einem kleinen Quiz zu den Lipoproteinen. Halt. Halt. Aufer. Halt. Untertitelung des ZDF, 2020